Was sind die Anzeichen einer allergischen Reaktion auf Garnelen? Eine allergische Reaktion auf Garnelen ist häufig, da viele Menschen an einer Schalentierallergie leiden. Einige Menschen haben leichte Reaktionen wie Nesselsucht, Kribbeln im Mund und leichte Schwellung von Körperteilen. Andere Menschen reagieren sehr allergisch auf die kleinsten Krabben, darunter Atembeschwerden, Übelkeit und Erbrechen sowie starke Schwellungen im Gesicht, im Hals oder auf den Lippen. Manchmal wird eine allergische Reaktion auf Garnelen mit einer Lebensmittelvergiftung verwechselt und umgekehrt. Ein Teil der Erkennung einer allergischen Reaktion auf Garnelen besteht darin, zu wissen, ob die Person auf andere Schalentiere wie Krabben und Tintenfische reagiert. Nesselsucht ist eine sehr häufige allergische Reaktion und erscheint als rote Stremen. Die jucken oder stechen. Das Kribbeln im Mund ist eine harmlose Reaktion auf ein Allergen, aber es kann zu einer Schwellung kommen. Kleinere Schwellungen des Gesichts, der Lippen und des Rachens sind manchmal schwer zu erkennen, obwohl sie auch harmlos sind, solange die Atmung nicht gestört ist. Diese allergischen Reaktionen auf Garnelen sind alle relativ gering und erfordern normalerweise keine ärztliche Hilfe. Ein weiteres Anzeichen für eine allergische Reaktion auf Garnelen sind Atemstörungen, die normalerweise durch kratzende Geräusche beim Einatmen und die Unfähigkeit, über ein heißeres Flüstern zu sprechen, gekennzeichnet sind. Atembeschwerden werden durch starke Schwellungen im Hals oder Mund verursacht, die die Atemwege der Person verengen. Dies ist eine schwere Reaktion, die sofort ärztliche Hilfe benötigt. Bis die Hilfe eintrifft, sollte sich die Person ohne Kissen hinlegen, um die Atemwege so weit wie möglich zu öffnen. Übelkeit und Erbrechen sind weitere Anzeichen einer allergischen Reaktion auf Garnelen. Diese Anzeichen können von Bauchschmerzen oder Durchfall begleitet sein. Wenn diese Reaktionen schwerwiegend sind, ist möglicherweise eine ärztliche Behandlung erforderlich. Ein Arzt kann rezeptfreie Medikamente gegen Übelkeit empfehlen, um die Beschwerden zu lindern, bis das Problem behoben ist. Manchmal verwechseln Menschen schalen Tierallergien mit Lebensmittelvergiftungen, weil sie noch nie schlechte Erfahrungen mit Garnelen oder Krabben gemacht haben. Die meisten Menschen entwickeln als kleines Kind Nahrungsmittelallergien und verschwinden mit zunehmendem Alter oder bleiben für immer bei ihnen. Es ist jedoch möglich, als älteres Kind oder Erwachsener eine Allergie gegen Schalentiere zu entwickeln. Theoretisch könnte eine Person gelegentlich oder regelmäßig Garnelen essen und dann eines Tages allergisch dagegen sein. Die meisten Menschen, die gegen Garnelen allergisch sind, sind auch gegen andere Schalentiere allergisch, aber es geht in beide Richtungen. Eine Person, die gegen Krabben allergisch ist, hat wahrscheinlich eine allergische Reaktion auf Garnelen. Das Wissen um die Allergien einer Person kann dazu beitragen, allergische Reaktionen zu verhindern und zu erkennen.